Digga, deine Aufnahme, Kevin, ne? Das wollen wir ja auf Tape haben, ne? Grüße gehen raus. Alle Beweise sind raus, fucking Rick. Alles scripted! Wir haben jetzt Ezreal, Shen und Xayra Khan. Was, Band war? Bland ist mal Bland. Also wie gehen wir da jetzt vor? Wir haben diese vier Champions, die sehr hohe Prio haben. Das ist die Frage, also ich würde Xayra bannen wahrscheinlich. Bann einfach Midlaner raus. Nein, bannen nicht Xayra Khan. Was ist, wenn Xayra Khan und Ezreal offen ist? Ich würde Ezreal auf jeden Fall picken. Ich pick einfach Rakan, egal was passiert. Nein, 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 ich pick ja. Ja, du pickst einfach... Ja, passt schon. Ja, dann picken die aber Rakan und Xayra. Bann einfach Dings, Shen. Ne, dann bann doch Xayra. Nein! Ja, aber die werden doch so oder so Xayas spielen, als ob die jetzt hier... Ich spiel Tristana Jungle. Nur weil Kutscha irgendwie Pippi in den Augen hat, haben das noch lange nicht die Gegner. Doch. Das Problem ist dann wirklich, Kutscha, egal wie sehr du es möchtest. Ich glaube, dass die Gegner uns nicht Xayra Khan lassen fälligerweise. Ich weiß, dass es sehr dreist ist und sich in deinem Gehirn nicht verankern kann. Ich kenne das auch absolut nicht gerechtfertigt von den Gegnern. Aber wir müssen jetzt leider mit dieser Situation zurückkommen. Mit deinem Grundschultor kommst du, weil bin ich weinig. Ich spiel jetzt Rakan. Can you please shut the fuck up? By the way. By the way. Okay. Wollen wir jetzt noch Bann? Es ist ja die Xayra Khan Frage. Du willst Rakan spielen, hast du gesagt. Was countert Rakan irgendwas Hardcore später? Nö. Mein Rakan nicht. Wollen wir jetzt schon Xim Bann? Wollen wir Xim spielen? Bomm mal Xim. Ne. Anaki? Tim? Ja. Oder Bama Riksai. War nicht? Bama Riksai. Ja, Bama Riksai stimmt. Bama Riksai, scheiße weg hier. Der kann doch eh nur ein Champion. Guck, ob der Käpt'n hat andere Spiele gemacht. Guck, ob der Käpt'n hat andere Spiele gemacht. Guck, ob der Zack. Guck, ob der Zack. Das ist sich traut, der kleine Linn. Also Rakan jetzt first pick, ja? Ja. Nimm jetzt Xayra weg. Ohne Witz, ich flipp mein PC aus dem Fenster. Ja, natürlich jetzt sehen. Klar werden die das wegkicken. Natürlich. Ja, warum sollten sie es denn nicht? Weil die Eier haben. Und mal zeigen, was sie können. Bröki da auf der Botlane und wer das ist. Ach, als ob die das waren. Die haben doch komplett den Müll zusammengespielt. Ja eben, das ist doch Bröki's Markenzeichen. Bröki hat geschwittert, wie sich wohl ein Win gegen Spin anfühlt, Alter. Das ist doch... Und Henning hat drunter geantwortet. Das ist doch mehr als rigged, what the fuck. Jeder in dieser Scheiß... Ja, dann lass mich doch jetzt schön wegfallen. Jeder weiß die Kacke. Jeder weiß das, wo wir kommen. Gott, Mann. Ja, der fucking Toplaner ist ein richtiger Abuser. Warum zu weinen hier? Wer ist denn der Toplaner? Wer ist das? Skatex oder was? Das war ordentlich, Alter. Nee, die haben vorhin gespielt. Aber die Menace macht doch Kevin nicht weg. Mit Shen schon. So, also, wie sieht jetzt unser Plan aus? Was wäre denn deine Option gegen Rumble, Kevin? Äh, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ei! Ja! Wir haben Xayah doch, wir haben noch Xayah. Wir können doch Xayah picken. Ja, jetzt Xayah Rakat auf jeden Fall. Pick erst mal Xayah. Warte, lass mich aber noch nicht. Ich wärs mal überlegen, was ich spielen möchte. Willst du den Niedern gehen und den richtigen Jungle wegficken? Geht das? Kannst du jetzt nicht ficken? Nee, ich hab kaum Lane Pressure dann aber, ne? Okay. Aber erstmal müssen wir überlegen, was war... Erstmal Xayah. Kann ich mal Xayah. Äh, pick erst mal Xayah. Ja. Das ist halt die Frage, Alter. Also, wenn du halt im Top spielst, dann würde ich Mar... Nee, Marokai würde ich mich töten. Boah, ich werd die jetzt so in den Arsch ficken, Alter. Scheiß, die Wandern. Ich weiß nicht, was spielen sie dagegen. Ist halt broken. Wahrscheinlich Jace. Jace? 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 Ja, Jace. Boah, diese kleinen Fickle, Männer. Diese kleinen Ficklömmel, die... Ah, was... Ah, nee. Hat die sich erlauben? Das wird's. Ich spiel' Saui. Da ist der Timo Mitte. Aber wir haben schon mal Geld, wir bräuchten... Ah, was bräuchten wir? Ich spiel' auf jeden Fall an Nivea, wenn die die offen lassen, Alter. Was waren wir? Mh, können wir Braumbahn für Botlin vielleicht? Ja. Was wär's? Ist das Chantau, oder was? Alter, wenn das Chantau ist, das wär's, ey. Jocke und der 31er, das klingt halt echt... Alter wird das auch noch... Ich... 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 Schreib' Chantau, du geh'n Fragenführer direkt. Also Humor haben sie, das... Das muss man ihnen lassen. Ja, ich... Ey, das ist... Witzig ist halt so... Trigger. Gutscher ist einfach... Äh... Gutscher, wir haben jetzt auch Bannen. Äh... Was... Was... Möchtest du bitte? Wollen wir irgendwie Blankbannen oder sowas? Oder was, bitte? Ich hab' nichts mit... Kannst Kassadin da verbauen. Bei Ari. Kassadin? Ja. Kassi oder Ari? Ari. Kassadin. Oder Kassadin, ja. Wie auch immer. Mhm. Mhm. Wenn jetzt Alistair im F-Picken oder so'n Spaß. Oder ist das Timo Support? Gib mir... Gib mir Anivia, Alter. Gib mir Anivia, Alter. Was hat's da? Anivia. Anivia? Ja. Ja. Ich hätt' jetzt gern' Voice-Chat in-Game, Alter. Timo... Weil... Okay, so wie sieht's Lastpick jetzt aus? Ein bisschen... Alter... Nee, was sag' ich's denn? Komm an, Naki. Hau was raus. Gib's da hart. Lee Sin. Lee Sin? Ja, ja. Gib mir Lee Sin. Richtig. Ja, jetzt... Ein bisschen engage. Aber hover erst mal Zoe. Kutschi. Hover erst mal Zoe und pick dann Lee Sin. Kutschi pickt einfach Zoe. Ich hab's nicht kommen sehen. Wobei, jetzt wegen Power of Evil weiß ich gar nicht, weil Dings hat jetzt hier, äh, Franz hat Bröki, No Way und Eni angetwittert. Es könnte natürlich... No Way auf seinem Main-In-Game. Bröki hat gleichzeitig eigentlich... ESG hat gegen Alter nicht gespielt. Ja. Vielleicht freuen sie noch alle. Solche Bastard. Das ist Pro Friwe. Max. Bröki. Schantau kann ich mir noch vorstellen. Ja, Schantau kann ich mir vorstellen. Hör mal an. Das witzige ist halt, wenn's einfach keiner von denen ist. Und wir hier einfach übel im Jazz-Wertet einfach... Jo, und wir werden einfach so von wirklich so Platin-Spielern geregt. Einmal weggefickt, Alter. Oh, fucking way. Wie der Top-Liner gespielt hat, war der auf jeden Fall nicht Platin. Ich trade! Das war wirklich scheiße. Vor allem, ich will die Bot... Die Mid-Liner will ja noch baiten auf Level 4. Weil ich denk, der ist kacke. Ihr müsst noch traden. Ah. Kutscher. Dein Ernst? Äh. Mit oder ohne Skin, Leute? Mit. Mit. Wir spielen alle ohne. Ja, 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 ja. Alle ohne? Ja, alle ohne. Hat das jeder ohne? Nee, nee. Ich muss mitspielen. Okay. Was? Dann alle mit. Ich bin ohne besser. Anivia ist halt ohne echt... Puh. Die Wall ist halt irgendwie kleiner. What? Ja, wollen wir bei anderen alles Standard gehen? Ah, ich geh auch Standard, komm. Ich geh Festival. Wie so ein Smurf. Oh, meine Fresse, Alter, ey. Jetzt aber. Vor allem auf Level 4 sag ich auch noch, ich bait die, ich bait die. Weil ich denk, die ist kacke. Und dann werden wir richtig auseinandergefickt im 2-on-2. Und dann ist die Late vorbei. Und dann ist dann einfach so... Ja. Wenn das Power of Evil ist, hat der wahrscheinlich gesagt, ja, 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 die kommen Mitte Level 3. Max, stell dich einfach mal dahin. Ganz ehrlich, deren Komp ist kompletter Garbage. Aber das ist ja wirklich Next Level behindert. Schlecht. Warte mal, ist das Organa-Mitte? Die wollen nicht noch ein drittes Game haben, die Ficker. Die haben wir jetzt auch getauscht. Das ist jetzt Schantau-Mitte, so. Weißt du? Die sollten 15. Minute sollten wir erfährchen, ey. Wenn das wirklich Schantau ist, das ist der größte Hurensohn, den ich hier gesehen habe. Und Max, wir kommen zu Raki. Doch. Vom Game haben sich etwas... Wir können in Vayne, wir können in Vayne, wir können in Vayne. Das ist die größte Entwege. Die haben garantiert, hier die... Hier haben sie nicht... Okay. Nee, Top-Ten-Animal-Betrayer, halt einfach deine Schnuss. Jetzt wird die getreuertet. Nee, 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 Drains ist die Schnauze. Top-Lane? Top-Lane-Animal-Betrayer. Ohne Witz, ich... Das ist die Schnauze halten. Kucha, channel deine Wut. Oh! Junge, schieß ihn! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Hab' ich! Lass uns einfach Max ficken! Wir ficken noch Max! Yo! Push einfach rein! Push einfach rein! Ich werde einfach versuchen zu pushen um. Nee, warte, warte, Kevin. Wir invaden den gleich. Meinst du, der scheint ein Red Buff? Ja, ich glaub schon. Ihr müsst Max ficken, der kann nämlich nichts. Meinst du, der scheint ein Red Buff? Ansonsten klauen wir den. Du kannst auch einfach Level 3 Blue Buff nehmen. Der macht immer dieselbe Route mit Master E. Der macht immer diesen Full Clear. Also Leute, nur mal zur Klarstellung. Es sind gerade Theorien hier im Raum, dass eventuell... Also kurz... Nein, nein, kurze Zusammenfassung. Wir sind davon ausgegeben, dass das irgendwelche Low-Edo-Lappen sind. Und hier ist die größte Intrige seit dem 11. September am Laufen. No Joke! Ich weiß nicht, wer da alles mit drinsteckt. ISIS, Al-Qaida, Ministries. Und Max ist es ja größer als... Das Video wird auf jeden Fall gesperrt. No Joke! Mach auch die Textline. ISIS, Al-Qaida. Schnell aus und anmachen nochmal. Ich weiß nicht, wer da alles hinter steckt. Vielleicht ist doch Hitler wieder gekommen oder so. I don't know. Oh Mann. Ah, hier steht doch grad hier irgendwo ein Investimo. Ich wusste es doch. Der dreckige Lübbel, ja. Wenn das Brücki ist, fällt da drauf rein, weil der... Hard Push oder? Nein, nein, warte, warte, warte. Okay. Okay, der schattet nicht Red. Wir kommen von hier wahrscheinlich. Wir gehen richtig hemm, Solam. Ich spiel jetzt out of my mind. Mhm. Ja, was denn? Es ist jetzt nicht so obvious, dass wir hier warten, doch. Mach erstmal Master E. Das ist ein bohes Spam, Alter. Aufm MF. Alter. Guck mal, hol den Sohn! Schreib's im Ratschirm. Und doch! Sehr gut. Du hast Hard Push in den Base, oder? Aber wir kommen nicht richtig hemm. Ja, wir pushen das jetzt. Komm, go, go. Shit, meine Tür ist offen. Mein Vater ist grad nach Hause gekommen. Ja. Machst du nichts. Da steckst du nicht. Ich recall, ich recall. Cancel du sie. Nochmal gecancelt. Passt das? Ja. Gehaut da drauf? Ja, ja, ja. Oh, bittere Sache. Können trotzdem recalln, wenn du willst. Ja, meinst du, das macht Sinn? Das ist besser, als wenn wir... Geht's im Midlane stattdessen? Guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal kurz. Aber ja. Warte, 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 ein Minion. Safe Flash. Okay. Ich hab Wall. Haben keine Suns unten? Gar keine Suns, ja. Hab ich... Ah, hab ich nicht. Sorry. Geht's trotzdem? Die aufpassen, ne? Ja. Nice, good job. Die Ficker! Die Ficker! Die Ficker! Äh, Lee, Yi war nicht Topside, ne? Was? Yi war nicht... Yi war nicht Topside, ne? 1-2-3. Ne, 1-2-3. Nach dem jetzt. Wenn ja, wär dumm, dass ich Facecheck. Jo, der hat mein Red gemacht. Da ist er. Warte, ich bin noch nicht Level 3. Kannst du blocken? Das ist ja keine Ficker, dass ich jetzt nicht mitlanetraut, ne? Da krieg ich zu viel. Ja, weil das Lappen sind. Die haben keine Ahnung. Der gibt mir einfach kein Rematch. Ich hab noch Heal, ne? Ja. Ich spiel mit einem schönen 300er Ping hier. Da seh ich mich. Boah, Alter. Was hast du jetzt? Oder was? Was haben die für Thumbs unten? Gar nichts. Ich kann halt nur Baiten. Ich hab noch Heal. Wenn du gleich kommst, wär geil. Ja, aber die haben gar nichts. Also die haben wirklich gar keinen Thumbs. Die haben halt ne übelste Wave, ne? Also ihr habt ne übelste Wave drin. Naja, aber die haben keine Thumbs. Das sollte passen. Die müsste aus dem Turret jetzt noch raus. Ja, die müsste aus dem Turret rein. Ja, die müsste aus dem Turret rein. Okay, ist Level 3 drin. Bock? Ja, ja. Die ist low. Ja, shit, shit. Habe ich nicht gesehen, sorry. Okay, ist top. Oh, da ist er! Ja! Oh, Flash raus. 7-1, Jungs! Was noch? Die würden uns loppen. Ich block. Puhuhuhu. Danke dir. Bro-move. Wir haben halt echt gepokst. Wir stehen wahrscheinlich Dore und Sheet nehmen sollen. Ah, ist das widerlich. Ja, aber Bot hat jetzt immer noch, äh, keinen Special auf jeden Fall. Keine Flashes. Die haben gar keine Thumbs, definitiv nicht. Und Midlane hat immer noch keinen Flash, ne? Kack jetzt auch erstmal auf Greenspan, oder? Ich hole mir erstmal Longsorts, Leute. Was sagst du? Midlane hat keinen Flash. Ich komme. Das ist der, das ist, das ist der Judas. Wenn das mein Duo-Cue-Partner ist, ich mach den kaputt. Das ist Judas. Alter, hier ist wieder top, holy shit. Ja, die wollen Power of Ibis snowballen. Hä? Rumble ist doch gar nicht top. Doch. Hä, was? Nein. Hä? 100-Type Scheiße ist top. Miss Fortune ist Power of Evil. Achso. Ja? Ja. Und Chantau ist Mitte. Eieieiei. Morgana ist Mist grad. Ist der Weg? Können wir da rein? Jajajaja. Wie viel Hextech-Flash? Mitleinen counten Miss. Nice. Kann sein, dass Timo-Bot kommt. Der kein Flash. Der kein Flash. Der kein Flash. Kann sein, dass Timo-Bot kommt. Okay. Raken gegen mich offen lassen. Spastis. Sonst wärst du bitte runtergelaufen. Aber, ähm, ja. Ja? Ich auch. Die muss immer noch müssen, ne? Die muss immer noch müssen, ne? Aber der kann die auch einfach auf der Lane stehen, ne? Das ist ja eine bekannte Taktik bei Timo. Oh, hier ist der hier. Der ist ziemlich strong, er ist dann auch. Komme. Gogo. Der hat noch Flash. Der hat noch Flash. Nice. Alles raus hier. Captain down! Voll schwer, was du nicht weißt. Komm mal, komm mal, komm mal. Ja, ich sollte rauskommen eigentlich. Was ist der? Ich hab noch Flash. Ich Flash. Kannst du mich jumpen lassen? Job Jungs. Ich dachte, ich könnte noch Morgana killen. Ja, ich bin mega hell. Die MF ist super behind. So, ich will noch ein Mitte gank, bevor der Flash wieder ab hat, ne? Ich könnte kommen gleich. Also, ich bin ein bisschen low gerade. Ne, du, du. Ne, ne, ne. Hier sind überall Pilze, das ist vermietes Gebiet. Da muss man mit viel Leben ankommen. Timo geht jetzt Base, du bist wahrscheinlich. Muss ja trotzdem Bot aufpassen, ne? Später Level 6 ein, Morgana Queue. Die MF. Wo ist er? Bei einer Rapture? Ja. Ah, der hat halt bei einem Dread gestartet, ne? Ich geh mal hier pinken. Was ist, wenn wir, wenn wir Botlane beide Level 6 sind, top rotieren, den Diven und Turret Hard forcen? Weil der kann ja, also Rumble kann ja gar nichts machen gegen unseren Gage. Kann man machen, ne? Oder ja. Der delayed das halt um eine Wave mit der ult. Ne, ich mein, dass wir ihn halt einfach straight up Diven und das erst weißt. Einfach von mir. Dann hoch, aber das müssen wir da teilen, ne? Ja, zwei Waves noch, ne? Dann sind wir 6, oder? Ganz Level. Ganz Level noch? Okay, shit. Und ihr müsst die Wave vorher Botlane Hard rein pushen, ne? Ja, klar. Aber erstmal gucken, vielleicht können wir ja Bot noch was machen. Dann kann ich mal kurz erfreut auch noch eine Weile. Ich bin dann einer Weile, also ich bin halt gerade top-seid, wahrscheinlich Botzeit. Ja, wir sind jetzt mal gut, wenn man ja noch mal ein Wälder hat. Blues ab, der fucking Pflanze. Ich kann beenden hier? Ja, ich mach gerade bloß, wäre dann dafür müsste ich dann abdrehen. Garne, kistig, sei ja, der und finst ist, weil es in Deutschland so dick ist. Kommt, du, mal kurz, wie worden? Ja, ich muss doch die, die wir nennen, nicht kommen. Sorry. Oh shit. Ich dachte, es wäre eine kluge Idee, wenn ich dich wurde, weil er dich dann die Auto attacken kann. Dann ist mir ja gefahren, dass du dich rauskommst. So, Timo. Oh, den sollten wir richtig hart gewinnen müssen. Der hat noch keinen Flash-Top. Oh, hier ist gerade, ne? Ja, der hat Bots, den wir tot, den wir gar nichts bekommen, ne? Der hat viel Arme, oder? Was war das, Blubuff, oder war der hier, oder was habt ihr da gepinkt? Ne, ne, ich meine, Botzeit ist halt nichts ab, also dass der Bot ist das halt. Ist es misst gerade? Oh, keine Ahnung. Ja, ich will nicht topside ganken, weil erstens Counter-Gank und zweitens weiß ich, ob wir den überhaupt totkriegen ohne immer eine Ult und der hat schon zwei Klopfer. Ich glaube, du kannst sterben. Ja. Sie halten die Wave? Ja. Aber wir sollten gucken, dass wir einfach mal reingehen, vor allem F6 ist. Jetzt vielleicht? Alter, ist das widerlich, mein Gott. Ich kann im Botland kommen? Ja. Ich hab bald Level 6, das dauert auch noch ein bisschen. Ich glaube, wir müssen das auch in meinen Seite machen. Ich werde jetzt 200 Leben von... Ich wäre jetzt im River. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Die Morgan hat Ult. Flash. Eel weiß ich nicht. Timo miss, allerdings low. Ne, hier nicht. Wo kommt? Wie ist der Timo? Ich glaube entgegen. Pass auf auf Master-Gene, ne? Nicht vergessen. Timo hat geflasht. Ich brauche hier Becker. Oh, hier? Ja, ich hab noch weg. Aber ich würde es nicht nehmen wollen. Der hat keinen Flash mehr. Oh, shit. Oh, fuck. Könnte ich irgendwie save'n? Fuck. Holy shit, what? Was? Der Ficker, alter. 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 Oh, das ist insane. Fucking Max, alter. Ach, man, alter. Das ist da der fucking Pilz. Wie runter ist es? Wie runter ist es? Wie runter ist es? Ich hab ein 10 hier. Es kommt noch. Es kommt noch. Rumble. Ja, kein Flash. Nein. Ich hab ein 5 hier. 4. Nice. Nice. Ja, Yi kommt. Der hat ne Ulti. Ich bin Pine, aber du bist wahrscheinlich... Oh, voll. Oh! Oh! Nice, ey. Hättest du auch noch noch überlebt. Aber ich kann die Wave nehmen, ne? Oh, das war Zucker, ey. Holy moly. Das war Premium. Das war echt nice. Ich bin jetzt ziemlich cool im Game, ja. Über den Kopf war klar gemacht, als ich geäht hab, ey. Na, was soll ich denn sagen, ey. Du, wenn sie's in so high-flasher-Situation macht das halt auch immer. Aber nur so leicht. Über den Dive-Zone? Man, ey. Also ich bin eigentlich mega-overfett gerade. Das Problem ist halt nur, dass die trotzdem so lächerlich für Pork haben. Wollen wir hier? Hier, hier, hier. Ja, ich komme. Hat die Flash? Wall, wall. Hab ich, hab ich, hab ich. Nice, nice. Wollen wir bot turret hard forcen? Ja, wir sollten langsam auch den Drachen nehmen, einfach so. Die sind super weak, die haben, wenn sie, wenn sie... Ich starte Drache. Die sind super weak bot generell. Nur wenn sie halt selber save schon. Du musst mit rüberkommen, dann sind die ganz gut. Kutscher? Bitte? Du musst mit rüberkommen, so. Ich geh mittelfix base, ihr habt den ja, ne? Ja. Die müsste topside sein theoretisch, oder? Jetzt auch. Wollen wir das machen? Kriegst du bot lane turret? Nee, nee. Wo die hier chatten, der wird doch bot lane? Nein, nein, nein. Midlane kann jetzt move'n, ne? Also der hat jetzt durchgepusht. Der geht Richtung topside. Die machen Heroid, denk' ich. Wir können hier bot-dive theoretisch, ne? Ja, dann, dann probiert bot lane. Also ich denke, die können Heroid. Wir müssen erst mal wissen, wo Timo genau ist. Ja, der ist... Timo's top, Timo's top. Timo's top, Timo's top. Wollen wir bot lane T2 forcen? Ich bin grad... Ich hab die sind eh so und... Die machen wir oben. So, ich komm Kevin, oder? Nee, die kann ich dir zwei, ne? Nee, die 2 kriegen sie nicht. Nee, nee, die 2 kriegen sie nicht. Nee, nee, die 4 forcen haben bot lane T2. Mhm. Wenn wir die hier wechseln können. Guck mal hier. Die sind konvertiert gesagt. Ich komm zum Blue-Warn, Nucky. Wenn ich den kriegen kann, können wir sietschen sogar. Nice. Kommt der Morgana, die will was machen. Ich hab ne Wall. Ich kann die kicken. Ja. Nice, nice, nice. Zehn Sekunden ult. Ich hab nichts absonst. Timo ist Mitte, 2 top. Wir forcen den turret. Wir forcen den turret. Nice. Was machen wir dann? Wir gehen wir back, oder formen wir weiter? Wir gehen back, oder? Wir gehen back. Will du bot lane T2 nicht verlieren? Kevin left Mitte. Rumble kommt von links eventuell. Nice, good job, Jungs. Wie resetten wir das? Ich geh top lane? Ich geh Mitte wieder. Hey, ihr geht einfach top straight. Okay. Hat der Rumble irgendwas ready? Wisst ihr das? Der Flash-Udi, ja. Hat alles. Wohl vielleicht kein Flash. Kann sein, dass er kein Flash hat. Der hat halt ziemlich viel Amor, aber ich denk, das ist fein. Du musst unbedingt so langsam noch farmen, ey. You wasted time. Hey. So wasted time. Ach, Kevin. Da weiß ich noch e-base. Wasted time im Sinne von allem. Ich hab nichts Päge gekriegt, hab. was das gehört. Harald ist auch noch ab, ne? Die kriegen jetzt... Die Blumen in mich, ja. Ja, kannst du nehmen. Ja, kannst du nehmen. Das ist Top-Force, Top-Hard-Force, Top-Hard-Force, ne? Jo, ich verspitte rein und gut. Wenn der mit Rumble ulti-wave killt, dann nehmen wir einfach Harald. Ich clear hier den Ward. TP 1, 20. Okay, zwei jetzt Bot. Ah, die sind trotzdem ein bisschen relativ free. Gönne dich nicht beiden lässt. Ja, Rumble ult ist raus. Ab zum Harald Instant, oder? Jo. Ich nehm bitte wieder die nächste Wave. Ich hab Flash ult jetzt ab für ein Play. Drei Bot. Wollen wir mal Johnny Bot lane lassen? Johnny Bot lane würde ich fast schon sagen. Und dann... Johnny Team holen, Johnny? Also ich glaube, einer zum Deffen Bot. Ihr könnt das Deffen. Ja, 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 ja. Wenn wir mit Harald dann top gehen. Wenn den Team jetzt kriegt, wäre God-like. Nice. Achtung, nicht weiter laufen wegen Pilzen. So, wir nehmen jetzt sofort Harald Top-Seite. Und Johnny geht base und geht bot. Jo, aber wir verlieren trotzdem Tier 2. Ja, ja, aber wenn wir hier Top-Lin-Faxen machen... Weil ich Swan Harald gerade. Oh, schönes Ding, Kevin. Ich bin auf dem Weg. Oh mein Gott, ich hab hart gefehlt. Ah, der ist super low. Der hat mich hart outplayed. Ich komme jetzt, Kevin. Naja, das bin ich aber wahrscheinlich zu Bett. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht können wir danach mal was machen. Ja, wenn ihr Zeit raus sollt... Wird perfekt. Ja, lass mal probieren. Wir haben T1 auf jeden Fall. Wenn wir noch so... Noch gerne Q von hier. Okay. Ach, Kilo, die Tower. Der wird nicht so gut. Ach so, so. Ich dachte, das reicht nicht. Geh einfach Zeit raus sollen, ne? Einfach Zeit raus sollen. Wir sind jetzt am T2. Wir könnten da kommen... Die können kommen, oder? Ja, der ist jetzt base. Jetzt können inzwischen alle wieder kommen. Die muss hier... Wurde auch drauf? Ja, ja, ja. Morgana ist noch hier. MF vielleicht drauf. Kein Flash Miss Fortune. Geh, geh mal bitte. Geh mal bitte schon. Jo. Hier ist die MF. Kannst kommen hier. Wollen wir noch Mitte verteilen oder Base? Ja, ja, Mitte, 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 Mitte. Ich hätte jetzt beim nächsten Back... Ich komm, ich komm bot. Ich komm bot. Shit. Okay. Ich komme, ich komme. Ich move auch, ich move auch. Hier ist Topside. Kein Flash Morgana. Wir haben die, wir haben die. Wir haben die, wir haben die. Keine Mana Dauer, aber... Ich bin auch am move'n, ich bin auch am move'n. Der Peck kommt raus. Bin löch' da, bin löch' da. Nice, nice, nice. Wir rotieren auch noch, wir rotieren auch noch. Ich hab Egg. Rumble. Timo moved jetzt. No more way, bin gleich da, bin gleich da. Morgana. Timo moved hier. Nice. Nice. Nein, ich war mir nicht sicher. Yes! Nice, nice. So, okay, konzentrieren. Zum Ruh'an, ey. Auf jeden Fall Mitte, Forsten. Ich hab' super viel Cash grad. Kriegst der Drache? Ah, wieder nur. Wir haben natürlich andere. Ja, ja, das... We got him 3 in Viertels. Wir kriegen wieder nur Clouds. Äh, Rick. Wieder mal. Klassisches. Wir haben sogar mit League abgesprochen, so. Soweit nur bei Riot. Wir brauchen ihn hoch. Nächstes Mal als nächstes Crash von der Mitte-Tot. Ich bin grad wirklich gefiedelt. Ich bin auch insane, ey. Ich fick' dir alle auseinander. Wir haben auch super Low Range. Also deren einziges Powerplay ist halt mit Morgana-Q, MF-Ultima-One-Shotten. Oder wenn halt Yi überrascht reinkommt, wenn wir nichts an Timo haben. Wir brauchen nur 1 CC gegen Yi, das stimmt ja immer. Jedes Mal. Chill, chill, chill. Nicht, nicht. Wir haben auch gar keine... 2k Gold. Jo, gebase. Machst du hier grad Top-Side? Dracon 50. Enemy Blue-Buffin 40 auch. Das ist immer Worth mit der Niw, ne? Nice. Das hat er mit mir gemacht, ein letztes Game. Mal jetzt mit ihm. Ich hab' keine Thumbs grad. Yi war hier Top-Side irgendwo, pass auf. Morgana gleich wieder. Die unterstützt immer die Y. Hier ist noch ein Pilz, pass auf. Der Höhe ungefähr. Jetzt Freund wurde es die ganze Zeit so richtig und den Spielen wieder die Idee, die die Accounts gehört. Das wär's auf mein Kopf. Vor allem vielleicht wieder richtig hart weg. Die haben nur über das erste Game-Accountswap. Dracon 20. Wir können jetzt hier Vision... Die könnten jetzt sofort... Die könnten jetzt bei Kevin Moom schon. Jo, die Werbung zu Kevin Moom schon. Jo, die Werbung zu Kevin Moom schon. Die werden jetzt versuchen zu trainen. Ich merke nicht mal die Explosion bei den Timo Schooms. Wobei noch mal, die kommt Schaden. Ja. Mitte könnte hier was kommen. Der Timo ist da sehr weit vorne. Ich würd Dings gern machen. Okay, ich geh Mitte wieder. So, das kann da rein. Können wir Drake so? Ja, ich bin fein eigentlich. Äh, Tim. Machst du hier wieder hier? Die können jetzt zu dir vollkommen, Kevin. Wir machen jetzt gerade Drake. Ja, das passt. Wenn die zum Drake kommen, dann bumsen wir die. Aber die werden nicht kommen. Die werden dann zu Kevin kommen. Ja, das ist hier so natürlich. Wir können hier halt Mitte auch easy diven, oder? Nee. Also wenn Rumble und so dann noch kommt. Push-Hart Mitte. Zeig dir mal, wo der Hammer hink, Alter. Da hab ich. Die muss noch hier. Push Mitte-Hart. Die ist auch top. Dann geh durch. Ja. Und wenn hier was kommt, dann einfach... Dimo. Tower, Tower, Tower. Und die Wechsel und Wechsel. Ich soll die Wechsel. So, was machen wir weiter? Wollen wir reingehen? Keine Master-G Ultimate. Keine Master-G Ultimate. Einfach mit Tom. Einfach mit Tom. Einfach mit Tom. Okay, nice. Rumble sind aus. Weiß wollen wir jetzt gewinnen? Wegen Rumble Road. Ich kann die Timo gleich bohren und queuen. Mhm. Werden aber meint alle. Ich hab kein TP jetzt, ne? Also vergesagt nicht. Aber die haben eigentlich nicht wirklich was ab, um euch zu engagen. Immer noch um die Dämpchen. Die Kürzen der Fortune ist halt wieder da, ne? Die hat UL. Yee, Spitpush. Wir sollten forsen. Wir sollten forsen. Oh. Ich sollte nicht beinten. Ja, sorry, my bad. Oh, fuck. Dämpchen kommt rein. Ja, das rausgehen, sonst flängt uns hier. Ja, ja. Botlane ist auch ne dicke Wave. Da hat aber noch keine Ulti. Werfst du mit, Johnny? Ja. Ich bleib. Ich bin super do. Achso, ich könnte nicht wegvorausen. Könnt ihr rauf, ne? Ja. Wenn wir die im F-Bund. Passt auf. Nice. Komm nicht weiter. Katze Jump. Puh. Okay, nochmal Base. Botlane-Mate annehmen. Ich geh noch in Base. Ich hab jetzt Black-O-Base. Okay, ich hab push die nächste Wave, geh dann auch Base. Kannst du Wave von unten holen, aber ich bin bei da. Ich nehm die eine Wave. Ja, ja, ja. Ich nehm die eine Wave. Ja, lass es so ein Nashland rumspielen, ne? Kevin push wieder Botlane. Ah, fuck. Ich hab meine Q-Tasse. Äh. Leg. Was hast du? Ich würd' mir das Watchen holen. Was hast du gemacht? Ich bin geflasht und stehen geblieben. Nice. Der Classic. Okay. Also Leute, um bei mir jetzt rumspielen, Kevin Botlane, push. Brauchst du Vision irgendwie, Kevin? Oder kommst du klar? Erstmal komm ich klar. Ich hab 40 Sekunden bis Flash holt. Dann wissen wir noch gleich mit dem Sweeper in Spam und Pit rein, damit wir nicht so viel Timo Pils Damage kriegen. Kommt ihr? Hast du Sweeper? Die erste Minute, ne? Du bist der Einzige Spielberg. Wir haben nur Morgana Q zum Engagen, Master DJ, der drauf sprintet. Ja, Mahlum will, ich bin Master DJ. Das ist Gefährlichste. Warte, ist die Führerung? Ich hab keinen TP, aber. Sind wir hier? Ich hab keinen TP auf. Kann ich mal pushen, ander? Lass mach's mal pushen, lass' mal pushen. Lass' mal pushen, lass' noch die Menin Condition spielen. Wir im gefiederten Kova, Kevin. Okay. Wie lange hast du noch auf deinen Sweeper, Kutcher? 30. Okay, dann lass' noch jetzt 30 Sekunden ein bisschen chillen. Sorry, Gucci. können ja im zweifelsfall wenn die sich nach links so lassen können wir auch zu kämpfen rotieren die hecken irgendwas aus ich spür das gucken dass man die ich nicht machen oder so weiter mal die dinge angreifen und kriegen wir das aufnehmen weil die pilze sofort angreifen die sind mitte die wollen der gation ich habe ich komme 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 hier noch mal raus wir kommen raus ja aber noch hier alles werde ich muss weiter wir machen mit den tabak kriegen wir wenn die rotieren ja mitte nehmen mitte nehmen wir haben noch trotzdem über zwei grad ich habe ein 300 gott und findet die nämlich immer richtig ich denke ich bin noch im weg zeigt euch mal nicht so ich habe alles außerhalb ich habe alles außerhalb der mensch 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 kommt kommt ich weiß nicht genau wie wir das spielen sollen wir haben da immer noch bis ein geben okay alles gut alles gut nicht hingehen sogar die trappen die trappen ich bin richtig dick jetzt ich habe noch einen dicken spike ja ich geh auch noch mal fix base also ich habe flash und wir können jetzt haben wir auf das rieber wechseln ich bin da gerade für den vision und wort jams hat drauf gegen uns wird es noch ab ja nämlich 50 ja wir sollten einfach bei bernhard person wir haben zwar nicht wirklich viel zum tanken aber wenn man halt erst echte der mission die aber nicht wirklich wenn wir nicht dumm zusammenstehen und wir haben uns alle trifft haben ja ich nicht wirklich ein weg und zu personen hier ist halt mega scheiße gegen mich wenn der reingeht mache ich einfach ult e und der ist auch 20 prozent wenn ihr ein bisschen in der richtung nash gehen ja ich habe es nicht aber ich habe ich sweep jetzt können alle sein gerade wir sollten die kürze aber auch relativ hart gewinnen ja wir müssen auch nicht ich habe den rumble ich habe den rumble nein einfach raus können wir hier pflanze ja allerdings jetzt expert hat einen an bord für die andere seiten können rein haben die noch misspotschen und hat sich erledigt ist das schön alter der kommt der kommt der kommt der kommt 100 prozent ja lassen wir durch wollte ihm noch ein bm kick in die fresse geben auch wenn es dumm war ich glaube ich habe die jetzt genauso getätet sind wie wir im letzten game wahrscheinlich auch nicht reingetrollt ne also ich hab ich hab die gegner so null ernst genommen early und shit und shit das tut mir auch ein bisschen leid aber ich hab keine was also das andere bett wenn wir gesagt wird dass sie selber sind oder mann zehn sekunden zehn sekunden jeder pilz ist hier dabei kippen ich kann gleich typen hier wenn er cute ist das tut hey ich hasse diesen bug wir kriegen den teemo ja der ist neu der bug ne im letzten patch ja 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 der ist ja komplett am trollen ja let's go end oberen test das ist der untere jungs kriegt die allergie nach uns alter schön Timo hat mich das ist die Spinergy zwischen wir und an Lucky hier Junge musst du ein bisschen aufpassen aber noch warte mal Spinergy ist unser Rock der mit seiner Ragsider was willst du damit team da kann er sich wissen oder die Ficker ja du kannst noch Reds noch holen okay Drake ist aber nur ein Ocean meine schöne KDA Soll ich den Drake noch mitnehmen? ne kann man gleich noch machen sonst oder top lane ja wir können ja mal bootforcen nicht wirklich was entgegenzusetzen wer also wer war wer wer er meint das Power of Evil? jo ja ach ich also wie gesagt ich glaub immer noch nicht dass der Power of Evil war eben also hundertprozentig keine Ahnung hey 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 heyHey Süßlich hä? ich weiß ja ja ich hab immer nur ein bisschen Sorge ich hab immer so ein bisschen auch ich krieg immer so ein bisschen Aids wenn der Jungle bei Minute 26 den Buff immer noch so auf 200 HP trapp hier die trapen hier vor allem unlockier hat so ne so ne HU kein äää kein Flash bis W昨 schon ok ich komm ins Reaper assassine Kackpilze. Oh lol. Oh sorry. Ich hab gar kein Soulsteer-Speed mehr. Wir pushen einfach weiter. Pass auf der Sola. Der Timo will auch, dass ich rückfällig werde. Was mach ich hier eigentlich? Was mach ich hier eigentlich? Das ist die Frage. Eieieieiei. Wenn die jetzt noch damage hätten. Aus'm Leben gekickt, Junge. Oh, Triple Q, Alter. Oh, ich überlebe! Weil keine Rakan Ult war, Leute. Dann halt... Holy Shit, das war... Einfach mal, das Timing war perfekt. Einfach noch in meine QE komplett alle drei bekommen. So, jetzt im dritten... Ja! 7-1, Leute. Ja, Alter. Jetzt werden sie halt tryharden. Das war halt mit Absicht. Jetzt spielen wir endlich mal mit... Aber wir haben im ersten Game auch nicht getryhardet. Ja, das stimmt. Das ist fair. Aber Power of Evil war halt nicht Mitte, ne? Der war auf AD Carry. Ja, der kriegt halt jetzt Mitte auf die Fresse. Ist mir doch egal. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.